Da freuen wir uns über das Meisterdoppel des Vorjahres mit seiner Familie Jörg Schlichter. Hier werden das Spiel gegen Georg Jauer und Patrick Baum und an Zwischenzwein freuen wir uns von Lars Hülscher, Bastian Schneeger gegen Lennart Weking und Nico Riss. Ja, vielleicht auch an dieser Stelle der Hitweist, den ich mir ein bisschen freundet, die kennenlernt, ja, war ein bisschen zu beantwortet, aber bitte während der Ball lächst und nicht mit Litz-Licht arbeiten. Dankeschön dafür, nicht mit Litz-Licht arbeiten. Und wir starten! Vielen Dank!